Herzlich Willkommen zu Claro und Lori Welles Welt. Heute ist wieder so ein schöner Tag und die Sonne scheint. Flory ist folgstil. Ah! Naja, ich spreche da hinten. Für den Bohnen, dann kommt er hier. Es ist klar, es ist aber viel lauter. Wer spricht da mit den Spitzern? Bravo, was wird gut sein. Bravo. Klang die Bohnen. Die Bohnen kann einfach nicht mehr aus den Bohnen. Wenn wir welche. Der Bohnen ist dann ganz Как ein Bohnen. Reden die Bohnen als Bohnen. Es wird hier in dem Bohnen. Auf die Bohnen ist es irgendwie schön. Auf der Bohnen würde ich etwas glamorous. Die Bohnen gerne. Die Bohnen sehr gut. Dann gibt es ein Bohnen. Der Bohnen, die Falsch von 15000 Meter. Wenn man sich in den Bohnen integriert, Spannungsgeladene Was sagt dir dein Spielzeug? Was sagt dir denn? Ja, gibt es was zum Lachen? Sie wackelt so mit dem Kopf. Ja, die Söten fühlen manchmal solche Gespräche mit dem Pilz heute. Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Ihr könnt uns gerne liken. Tschüss. Bye-bye. Ciao, ciao. 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 Ciao.